Ein riesiges Zelt in Villeneuve und im Gegensatz dazu ganz viele kleine Zelt in St. Gallen. Das sind Zelt von den Teilnehmern am Gigathlon, die seit gestern laufen. Und die meisten von den über 5000 Gigathletinnen und Gigathleten, die haben einfach den Plausch an dem Wettkampf. Aber das andere gibt es natürlich auch. Der Kampf an der Spitze, der Kampf um die Seite. Neoprenanzüge, wo man hinsieht, am Bahnhof von St. Gallen. Der Bodensee noch weit weg, doch die Schwimmanzüge sind schon montiert. Morgen zum 5. Ein extra Zug bringt die Gigathleten nach Rorschach zum Schwimmstart. Höchste Zeit zum Aufwachen. Oder ob sich der junge Mann bloss die Schwimmtaktik zurecht legt. Sicher sein, wo es lang geht. Und dann ab ins Wasser. 23 Grad hat der Bodensee. Drei Kilometer liegen vor dem Gigathleten. Jetzt also definitiv zum Abenteuer. 202 Kilometer. 4'000 Kilometer. Der schnellste Schwimmer, einer aus einem Zweierteam, steigt den Alpen ein aus dem Wasser. Nur wenige Sekunden hinter ihm folgt der erste Single. Es ist Titelverteidiger Roger Fischli. Auf den Inlineskates fährt Fischli in allem davon. Und vergrössert seinen Vorsprung Minute und Minute. Ah, gut. Ja, ja. Du musst aber ein bisschen vor uns. Ja, ganz hoch. Mit 40 Kilometern pro Stunde braust er der Wechselzone in Buchs entgegen. Jetzt hat der Polizist 90 Kilometer auf dem Velo zu absolvieren, bis nach Oberried. Doch dann, das Velo steht still. Auf dem Faschinerjoch auf halber Strecke wird Fischli neutralisiert. Der Grund, ein Autorennen in der Umgebung. Zwangspause. Eine Viertelstunde später geht das Rennen für ihn weiter. Trotz Pause liegt er immer noch vor dem zweiten, Markus Alpiger. Das grösste Hindernis haben Fischli und Co. aber noch nicht bezwungen. Zu Fuss geht's auf den hohen Kasten. Das Dach des Gigabrunks. Jetzt habe ich wirklich glitt wie ein Hund. Ich hatte einfach keinen Zug. Ich habe ihn von Anfang an gemerkt, es wird hart. Und wenn man es am Anfang schon merkt, wird es mich wirklich hart besuchen. Ganz anders bei der schnellsten Frau des Tages, Andrea Gross. Sie kann nach den Strapazen am Berg sogar noch strahlen. Ja, ist doch schön. Jetzt bin ich da oben. Ich glaube, unterwegs hätte es ein paar andere Bilder gegeben. Aber jetzt bin ich da. Jetzt geht es nachher noch weiter aufs Bike. Und ich freue mich darauf. An der Schlussdisziplin hat dann auch Fischli wieder seine Freude. Fischlins Tagessieg ist nie in Gefahr. Um kurz nach vier, gut neun Stunden nach dem Start, läuft er solo durchs Ziel. Mehr als 20 Minuten vor dem zweiten. Und 50 Sekunden ist er im Ziel. Und ihr seht es. Es kann morgen noch sehr viel passieren. Es ist sicher mal ein guter, solider Vorsprung, denke ich. Den ich morgen sicher versuchen kann auch ein wenig zu verwalten. Aber da hat es noch ganz viele gute Leute jetzt. Und wie viel Könner ich heute gebraucht habe, das sehe ich erst morgen morgen. Ja, und wenn schon der beste Roger Fischlin am Berge so gelitten hat, wäre es dann echt am Gros der Teilnehmer gegangen. Der eine oder der andere wird sich sicher schon vom Übernamen vom heutigen Tag beeindrucken lassen. Hilly Saturday hat dann nämlich geheiss, also hügeliges Amstieg. Aber was heisst da schon hügelig? Einen richtigen Kasten hat sich der Teilnehmerin weggestellt. Eben der Hochkasten. 1.800 Meter über Meer, die Bergspitze des hohen Kastens. Und was für die Gigathleten heute fast noch wichtiger war, diese Bergspitze liegt 1.400 Meter über dem Rheintal. Und von dort unten ging es auf 12 Kilometern Länge steil bergauf. Sehr steil. Hey, voll Power! Je härter die Aufgabe, desto wirkungsvoller die Glückshormone. Tatsächlich erreichten fast alle Gigathleten den hohen Kasten in so guter Verfassung, dass sie oben keine Pflege brauchten. Nur noch einsteigen, dann ist es geschafft. Die Sanitäterinnen beschäftigten sich mit Alternativtätigkeiten. Sie hatten im Pflegeraum schlicht nichts zu tun. Ja, mit den applaudieren, den Leuten, die unten kommen. Das ist auch wichtig. Ja, aber den Job, den man eigentlich hat, braucht es offensichtlich im Moment nicht. Das ist besser, wenn man den nicht braucht, oder? Einige hatten nach dem strapaziusen Berglauf gar ein seliges Lächeln im Gesicht, wie diese Athletin. Apropos Athletin, viele Teams schickten weibliche Mitglieder auf den höchsten Gigathlonpunkt. Ich glaube, das Bike ist bei Frauen, also es können mehr Männer, die biken. Ein Rennvelo-Kollegen fahren dafür jetzt Rennvelo. Das geht auch noch. Und Schwimmen ist halt recht schwierig. Das muss man von Anfang an machen. Und dann bleibt noch die Säcke übrig. Wer oben ankam, wurde mit einem wunderbaren Panorama belohnt und erhielt eine für viele willkommene Zwangspause. Auf dem hohen Kasten wurde die Zeit angehalten. Wenn auf der anderen Seite wieder runterrennen, wäre dann doch zu viel gewesen. Zur Wechselzone in Brülisau ging es per Seilbahn, was gar nicht so einfach war. Zu den Spitzenseiten war der Ansturm auf die Gondeln grösser als deren Kapazität. Deshalb gab es Zettel, hier der mit der Aufschrift Gondel 3. Der Wiesenzettel erhielt, musste nur noch die entsprechende Durchsage abwarten. Demo 5 mit der Bahn Nummer 3 auf die Bahn jetzt. Wartezeit für Nummer 4 in ca. 20 Minuten. Gondel um Gondel brachte die Gigathleten zurück ins Tal. Und es war manche Gondel nötig, denn noch lange kamen Läuferinnen und Läufer ins Zwischenziel auf dem hohen Kasten, ans Ende einer erinnerungswürdigen Teilstrecke. Ans Ende einer auf jeden Fall sehr anstrengenden Teilstrecke. Ans Ende einer Teilstrecke, die sie als letzte beendete. Kurz nach 8 Uhr abends hatte die letzte Gigathlet in den Berg bezwungen. Diesen hohen Brocken bzw. Kasten, der heute im Weg gestanden war. Die Entscheidung und Abschluss des Gigathlons dann morgen. Wir berichten darüber im Sportpanorama. Wir berichten darüber im Sportpanorama. Wir berichten darüber im Sportpanorama. Wir berichten darüber im Sportpanorama.